Hi Freunde, heute muss ich euch einen neuen Kumpel vorstellen und zwar Mr. Schleimi. Ja, ich finde diesen Schleim ziemlich cool, den habe ich bei einer Geburtstagsparty bekommen. Er schimmert sogar ein bisschen. Ja, und was soll ich noch dazu sagen? Ich finde es schade, dass es kein Glasschleim ist, aber er ist doch ziemlich cool. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und im nächsten Video kommen die Fidget Spinner. Tschüss!